Pirat Lachbarts lustiges Abenteuer Kapitel 1 – Der Piratenpakt In einer sternenklaren Nacht auf hoher sie versammelte Käpt'n Lachbarts seine bunt zusammengewürfelte Kuh auf dem schaukelnden Deck der die kichernde Krake. Im Schein des Mondes skizzierte er mit einer vergilbten Schatzkarte das Ziel ihrer abenteuerlichen Reise die sagenumwobene Insel der Lachvögel, deren Legende sich wie ein Seemannsfilstern durch die Meere verbreitet hatte. Mit einem schelmischen Grinsen verkündete Käpt'n Lachbarts, dass auf dieser Insel nicht nur ein gewöhnlicher Schatz, sondern der Humor in seiner reinsten Form versteckt sei. Jeder Pirat an Bord schwor feierlich, sich auf das Lachen und den Spaß einzulassen, während die kichernde Krake ihren Kurs in die unbekannten Gewässer setzte. Die salzige Meeresbrise mischte sich mit den ausgelassenen Lachern der Kuh, als die Sterne ihr Licht auf die wagemutige Reise warfen. Der Piratenpakt war besiegelt eine Abenteuerfahrt, bei der nicht nur Gold und Juwelen lockten, sondern die Freude am Lachen das eigentliche Ziel war. Kapitel 2 – Die kichernde Krake Die kichernde Krake durchquerte die stürmischen Gewässer der Karibik, während die Wellen rhythmisch an den Rumpf klatschten. Das Schiff, mit seinem wettergegärbten Holz und den quietschenden Segeln, schien lebendig zu werden, als es den Wind in seinen Masten fing. In der Schiffsmitte versammelte sich die fröhliche Kuh, angeführt von Käpt'n Lachbart, der mit einem Bein auf die Reling gestützt und mit einem Teleskop die Weiten des Ozeans absuchte. Die Seeleute um ihn herum lachten und scherzten, während sie mit Seemannslidern die Fluten durchbrachen. Plötzlich tauchte eine Horde tanzender Delfine auf, die sich spielerisch dem Schiff näherten. Die Crew konnte ihr Glück kaum fassen und begann, in einer Art ausgelassenem Seemannsreigen mit den Delfinen zu tanzen. Käpt'n Lachbart schwang seinen Säbel wie einen Taktstock und versuchte, die perfekte Choreografie mit den verspielten Meeresbewohnern zu finden. Die kichernden Kraken erlebten einen Moment Porenentzückens, als die Delfine die Wellen durchbrachen und mit den Piraten in einer fröhlichen Wasserperformance verschmolzen. Das Lachen der Crew mischte sich mit dem frischen Meeresduft und bildete eine Melodie, die die kichernde Krake auf ihrem Weg zur Insel der Lachvögel begleitete. Kapitel 3 – Die Karte des Kicherns Nachdem die kichernde Krake die ausgelassene Begegnung mit den tanzenden Delfinen hinter sich gelassen hatte, erreichte die Crew schließlich die Insel der Lachvögel. Das Ufer der Insel schien von einem unsichtbaren Lächeln gekrönt zu sein, und die Palmen wiegten sich im Rhythmus einer heiteren Brise. Käpt'n Lachbart entrollte die Schatzkarte, die sie zu diesem ungewöhnlichen Ziel geführt hatte. Doch anstelle von markierten Xen und Linien, die zu einem traditionellen Schatz führten, prangte darauf ein wehrwahrartiges Muster von bunten Symbolen und verschlungenen Lachgesichtern. Die Crew zerbrach sich die Köpfe über die Bedeutung der Karte, als plötzlich aus dem Dickicht der Palmen ein alter, weiser Papagei erschien. Sein Gefieder schimmerte in lebendigen Farben, und er sprach mit einer sonoren Stimme, Willkommen, ihr Suchenden des Lachens. Diese Karte führt nicht zu Gold oder Juwelen, sondern zu den witzigsten Piratenwitzen der Welt. Mit einem Schmunzeln im Schnaball führte der Papagei die Crew zu einem versteckten Ort, wo sie eine Tafel mit einer Sammlung von Humorwollen-Anekdoten und Scherzen vorfanden. Die Mannschaft brach in fröhliches Gelächter aus, und Käpt'n Lachbart beschloss, die Schatzsuche mit einem Wettbewerb zu verbinden. So begann ein Wettstreit der Witze, bei dem jeder Pirat sein Bestes gab, um die Lachmuskeln der anderen zu strapazieren. Die Insel der Lachvögel erwies sich als wahres Paradies des Humors, und die Crew erkannte, dass der eigentliche Schatz nicht in Gold, sondern im Lachen selbst lag. Kapitel 4 – Die Lachprobe Im Schatten der Palmen versammelte sich die fröhliche Crew um einen improvisierten Witze-Wettbewerb. Jeder Pirat trat vor den sprechenden Papagei des Inselkönigs und versuchte, die besten und witzigsten Piratenwitze zum Besten zu geben. Der Papagei mit einem majestätischen Federkleid und einem durchdringenden Blick lauschte aufmerksam jedem Witz und beurteilte die Lachstärke der Piraten. Die Spannung stieg, als die Crewmitglieder sich abwechselnd mit Wortspielen, Slapstick und absurden Geschichten übertreffen wollten. Käpt'n Lachbart, der als erfahrener Geschichtenerzähler galt, sorgte mit einem unerwarteten Twist für einen Lachsturm. Die Crew lachte herzhaft und sogar der Papagei konnte sich ein zustimmendes Schnattern nicht verkneifen. Käpt'n Lachbart hatte die Lachprobe gemeistert. Als Belohnung erhielt die Crew einen speziellen Hinweis auf den Ort, an dem der wahre Schatz des Humors versteckt war. Dieser Hinweis führte sie zu einem geheimen Hafen, wo fliegende Hosen als skurrile Wächter über den wertvollen Schatz wachten. Die Crew konnte es kaum erwarten, diese kuriose Herausforderung anzunehmen und sich den fliegenden Hosen in einem Humorwollenduell zu stellen. Kapitel 5 – Die fliegende Hosen Der geheime Hafen, den die Crew erreichte, war von einer ungewöhnlichen Stille erfüllt. In der Luft lag eine gespannte Atmosphäre, als Käpt'n Lachbart und seine Piraten die fliegenden Hosen erblickten, die wie bunte Wächter aufgereiht waren. Diese Hosen schienen mit einem eigenwilligen Eigenleben ausgestattet zu sein. Ihre Beine flatterten wie Flügel und die Hosenbünde schwangen im Takt einer unsichtbaren Melodie. Käpt'n Lachbart erkannte, dass der Weg zum eigentlichen Schatz durch ein kurioses Duell mit diesen fliegenden Hütern führte. Die Piraten traten vor die fliegenden Hosen, bereit für eine komische Schlacht. Die Hosen begannen, mit spitzen Hosenbeinen und elastischen Hüftbünden nach den Piraten zu schnappen. Doch anstatt vor Angst zu erstarren, lachte die Crew herzhaft und wehrte die Angriffe mit tänzerischer Eleganz ab. Käpt'n Lachbart, mit einem Gummihuhn in der Hand, führte die Piraten in einer absurden Choreografie, die die fliegenden Hosen vor Lachen beinahe zu Boden warf. Das Duell entwickelte sich zu einem wahren Spektakel aus komischen Verrenkungen und quietschenden Geräuschen. Schließlich gaben die fliegenden Hosen nach und senkten sich lachend zu Boden. Die Crew hatte die skurrile Herausforderung gemeistert und konnte nun den Schatz des Humors in seiner vollen Pracht enthüllen. Doch was sie fanden, war nicht das erwartete Gold oder Juwelen, sondern eine Kiste voller quietschender Gummihüner ein absurdes Ende für ein ebenso verrücktes Abenteuer. Kapitel 6 – Das Lachelixier Verwehrt stand die Crew vor der geöffneten Schatzküste, die nicht den ersehnten Reichtum, sondern eine schar quietschender Gummihüner preisgab. Käpt'n Lachbart, mit einem verschmitzten Lächeln, erklärte, dass der wahre Schatz nicht in materiellen Gütern, sondern in der Freude des Lachens liege. Plötzlich tauchte der weise Papagei des Inselkönigs wieder auf und verkündete, dass es einen letzten Schlüssel zum ultimativen Lachen gebe das geheime Lachelixier. Die Zutaten dafür waren jedoch verstreut auf der Insel versteckt. Die Crew brach zu einer weiteren abenteuerlichen Mission auf, um die magischen Bestandteile für das Lachelixier zu sammeln. Durch dichtes Kitzelgras, über rutschige Bananenschalen und durch ein Labyrinth aus schelmischen Lachblumen navigierte die bunte Truppe, immer auf der Suche nach den besonderen Ingredienzien. Unter dem Lachen der Lachvögel und dem fröhlichen Rauschen der Palmen fanden die Piraten schließlich alles, was sie für das Lachelixier benötigten, den Giggelsaft aus den Lachblumen, das Kitzelpulver vom Kitzelgras und den Bananenspaß von den rutschigen Bananenschalen. In einer improvisierten Taverne auf der Insel mischte Käpt'n Lachbar die Zutaten und die Crew brostete sich mit dem funkelnden Lachelixier zu. Ein Trunk genügte und ein unkontrollierbares Lachen erfüllte die Luft. Die Piraten fanden sich in einem Freudentaumel wieder umringt von schallendem Gelächter und den unzähligen Gummihöhnern, die mit ihnen in das fröhliche Chaos einstimmten. Kapitel 7 Der Lachsturm Mit dem Lachelixier in den Händen kehrte die Crew zur kichernden Krake zurück. Die Trunkenheit des Lachens durchströmte das Schiff, als die Piraten gemeinsam einen Lachsturm entfachten, der die ganze Insel erbeben ließ. Die Gummihöhner hüpften fröhlich über das Deck, während die Crewmitglieder vor Lachen beinahe über Bord rollten. Die kichernde Krake wurde von einer unwiderstehlichen Welle der Heiterkeit erfasst, die selbst die Wellen des Meeres schienen mitzulachen. Der Lachsturm, von der unkontrollierbaren Freude angetrieben, griff auf die umliegenden Inseln über. Das Kichern verbreitete sich wie ein ansteckendes Lachen durch die Meere und die Piraten wurden zu Botschaftern des Humors, die überall, wo sie anlegten, ein fröhliches Chaos entfachten. Käpt'n Lachbart, der das Steuerfest im Griff hatte, führte die kichernde Krake durch die lachenden Wellen, begleitet von einem Chor aus Lachvögeln, die sich auf den Masten niedergelassen hatten. Ihr Ruf vermischte sich mit dem Gelächter der Crew zu einer euphorischen Melodie. Die Piraten realisierten, dass der eigentliche Schatz nicht in einer physischen Belohnung bestand, sondern in der Kraft des Lachens, die sie mit sich trugen. Ihr Abenteuer hatte nicht nur die Crew, sondern auch die Welt um sie herum mit einer ansteckenden Freude erfüllt. Und so segelten sie weiter, auf der Suche nach neuen Horizonten und weiteren Gelegenheiten, das Lachen in die Welt zu tragen. Kapitel 8 – Die lachende Heimkehr Die kichernde Krake segelte durch die sternenklare Nacht, begleitet von einem Meer aus leuchtenden Lackspuren im Wasser. Die Piraten, berauscht vom Lachelixier und den Erlebnissen ihrer abenteuerlichen Reise, genossen die lachende Heimkehr. An Bord der kichernden Krake herrschte eine festliche Stimmung. Die Gummihürner hatten sich zu einer improvisierten Parade formiert, während die Crew ihre besten Piratenwitze zum Besten gab. Das Schiff wurde zu einer schwimmenden Karawane des Lachens, die das nächtliche Meer mit fröhlichen Klängen erfüllte. Die Lachvögel begleiteten die kichernde Krake auf ihrem Heimweg und ihre melodischen Rufe verschmolzen mit dem rhythmischen Kichern der Piraten. Die Sterne schienen heller, als wollten sie dem fröhlichen Spektakel am Himmel Tribut zollen. Als die Insel in Sicht kam, wurden die Piraten von einer jubelnden Menge begrüßt. Die Einheimischen hatten das Lachen der kichernden Krake vernommen und versammelten sich am Hafen, um teilzuhaben an der ansteckenden Freude, die die Piraten mitgebracht hatten. Käpt'n Lachbart und seine Crew betraten die Insel als Helden des Humors. Die Gummihöhner wurden zu begehrten Souvenirs, und die Piraten teilten bereitwillig ihre abenteuerlichen Geschichten und Witze mit den dankbaren Inselbewohnern. Die lachende Heimkehr wurde zu einem Fest, das bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Die kichernde Krake hatte nicht nur einen physischen Schatz gefunden, sondern auch die unsichtbare Kraft des Lachens in die Welt getragen. Mit einem letzten Feuerwerk aus Gummihöhnern und Lachgesängen endete die lachende Heimkehr, und die Piraten freuten sich bereits auf ihre nächsten Abenteuer. Kapitel 9 – Das Ende der Reise Die Sonne tauchte den Horizont in warme Farben, als Käpt'n Lachbart und seine Crew, gestärkt von der lachenden Heimkehr, erneut in sie stachen. Die kichernde Krake segelte hinaus auf das unendliche Meer, begleitet von einem Chor aus Lachvögeln, die den Abschied mit einem fröhlichen Konzert begleiteten. Die Piraten waren nun nicht nur Schatzsucher, sondern auch Botschafter des Lachens. Ihr Ruf nach Abenteuer und Freude heilte über die Wellen und erreichte weit entfernte Inseln. Überall, wo sie anlegten, verbreiteten sie das Lachen wie ein frischer Wind, der die Herzen der Menschen erhellen konnte. Die kichernde Krake wurde zu einem Symbol für die Magie des Humors und der Verbundenheit, die durch das Lachelixier entstanden war. Die Crew segelte neun Horizonten entgegen, bereit, sich den komischen Herausforderungen zu stellen, die das Meer des Lebens für sie bereithielt. Während die kichernde Krake am Horizont verschwand, blieb die Erinnerung an Käpt'n Lachbart und seine fröhliche Crew in den Herzen der Menschen. Ihre Abenteuer wurden zu Legenden, erzählt bei Lagerfeuern und in Tavernen, und die Suche nach dem Schatz des Humors wurde zu einer Seefahrt, die mutige Piraten und lachende Völker vereinte. Die Sonne senkte sich langsam über dem Ozean, als die kichernde Krake in den warmen Farben des Abendhimmels verschwand. Doch das Lachen der Piraten und die Freude, die sie gesät hatten, blieben als lebendiges Erbe, das weit über das Ende ihrer Reise hinausreichte.